ja heim willkommen mein name ist an die röpe und spielkurs euch zurück zuletzt play king war zwei feiern mit sich er ist nicht gedacht hat man ja auf den tisch drauf gehen kann der letzte folge haben wir ein bisschen port royal auseinander genommen haben gegen piraten gekämpft und herzlose und viele piraten und jetzt mal ein mogel shopping kann man benutzen kann ich jetzt nein kann ich noch nicht ich glaube ich erst mal ein paar sachen erstellen ich will aber nichts verschwinden ja diese ganzen sachen zum beispiel aber ich kann noch gar nicht luna später und also einsetzen dann machen wir irgendwann erst mal man spielt das hier noch gar nichts herstellen ja jetzt kann ich luna und dingens herstellen da kann ich noch nicht nur ein noch mal noch hier xp bitte bei xp bitte danke mxp bitte danke freudenmaterialien sehr gut jetzt kann ich die eben irgendwann anders verwandeln glaube ich aber ich habe keinen drei doch ich habe hier voll spital high driver habe ich ja okay ich kann neue waffen kaufen ausrüsten aber wir haben uns kauft sehr gut die baucht oder alter das ganze stadt gedacht aber jetzt hatten wir ja ach jetzt habe ich ja hier sagt man genau auf dich hallo ich brauche zeugs als erstes hat hier und weiß nicht was doch hier bekommen es hat ja perfekt übrigens die helden form schon wieder auf maximal da ist jetzt kann nur auf die weisen form erst mal abrufen will dass wir werden die als erstes hier hoch level messen messen wir ja direkt jetzt wenn man überhaupt eine zeitliche begrenzung hier verweisen form h sagen wir die mal mit der kann ich schießen und der kann statt hier machen eigentlich nur an den weg und ich kann magie einsetzen wie blöd sagen wir mal ein paar weg hier weg davon und mich dazu irgendwann zu töten und endlich geht nach ich würde gerne damit abholen danke da wir kommen und endlich gegner sehr wohl sehr wohl deshalb leuchten ich habe das ding mal weg nein diesen weg kofi hat trotz kopf gelernt ja das ist sehr schön für dich rufi erst wenn ich noch mal lernen es hat spiele ich kann einfach einfach das ist ich habe weise form hat jetzt nicht so gut wenn ich so viele gegner kam aber man kann die zur not an einem richtig geilen ort aufhören schloss disney schloss disney diesen einen langen saal wo man mini mit langen helfen musste ihr bleibt hier haben wir haben ihr bleibt hier beim schiff meine liebe kommt gar nicht in frage will konnte da drin sterben dem guten william geht's blend mit glaubt mir ich bin keine nirren jack dann glaubt bitte mir so hat donald kufi in der reihenfolge bringt will und versetzt zurück er hat auch kein niemand auf die idee irgendwie in einer anderen reihenfolge mal die anzusprechen kein einziges mal die messerchen kennen wir doch abwesen so leute der schatten der geschäft ist in die waffen eingebaut kein interesse ja wir werden sowas von drauf gehen wenn man da reingehen sage ich jetzt schon mal du kannst trotz kopf lernen das ist ja sehr schön für dich aber du hast leider nicht genug ap warum freue ich mich darüber so alter haben wir jetzt alle abgelegt hat gibt es auch noch fantasia wir haben drei erledigt geil wird weiter elektrizität zu sehen was auch bei jedem satz zeichen so hat springen aber nein ich hätte mal vielleicht die limit von jack zeigen wollen ich weiß ja nur piraten alle können wir aufhören mit einem blöden ding zu schlagen es anstatt damit zu schießen wir müssen jetzt hier spirale baut ab die leistet der weißen form bringt mir leider gar nichts wesentlich herzen sind war sehr wohl zeitbar zeit war ich fragte mich warum jack auf einmal fliegen konnte aber okay am finster kristall ist alle sind nicht schlecht herzlose das gefächs darin ich sag mal nichts hallo wieder wieso ich habe einen stock im arsch ja ich mache die war so platz hier ist gerade gefällt mir nicht weg damit immer so unnötige angriffe noch da kann man noch gar nicht sein ah immer herz und sie auftauchen ja gut erfahren von den typen hier geblieben aber schon wieder abhauen ich bin noch höher die ganze zeit die luft gesteuert werden du wirst messer ja oh mein gott mein gott was du kannst du mal stehen bleiben oh mein gott da können wir weiter gut danke jetzt jetzt wir wieder die 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 der reihenfolge Ja, wir sehen sich da hinten. Ja, du hast ihn umgebracht. Ja, er ist schon verwest. Ja, du hast ihn umgebracht. Ja, du hast ihn umgebracht. Ja, du hast ihn umgebracht, du hast ihn umgebracht, du hast ihn umgebracht. Schüsse abwehren, genau. Ja, du hast ihn umgebracht, du hast ihn umgebracht. Ja, wir kommen ja. Ich war bossa. Das ist fähig. Und Jack wirft eigentlich nur sachen, ey, hiergeblieben. Aber nie gesehen, wie ich das gemacht habe. wer das upstairs Ups, Jesus Ja I'm sorry, oh nee I don't know. Come on. Yeah nein na ja ich war nicht immer geil das situations kommando noch mal was geht nach schlitz wenn ich auch mal geht und zehn ausgezeichnet mit dem angriff beendet so muss das richtige ich mag ganz die tors und mann Nein, nein, nein. Was say you we call it? A draw. Ja, so many times I have to tell you. Laugh while you can, Barbossa. I feel cold. It's a little bit brutal. I'm going to go to the Kingdom Hearts. I'm going to go to the Kingdom Hearts. Blut, Tote, Untote. What now, Jack? Whatever I want. Now that the power is mine again. That she is. Thank you, Jack. I didn't want you hitting me again, Bates. Hey Jack, good luck. I need that luck to be good. I'm off. I just... I just... I just want to go away from these freaks. Good for them. Aha. Hey Sora, how come your face is all red? What? It is not red. Ah, I know what you are thinking about. Thomas is eh. No, not a favor. ... Yes, I need to sort it like that. Oh, no. Go ahead. But it's... that way does it. The last thing is for... When I wanted to build it... Und es wurde erschlossen und ein neuer Weg öffnet sich. Ja, me too. Das Skelett zieht die Kugeln ums Tor herum an. Noch ein Schlüssel, das nicht so gut ist. Aber okay, die kommen noch, glaube ich. Später, irgendwann. So. Da habe ich mir gesagt, zwei Dinger. Die machen wir nochmal. Welche werden die nächste? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier rechts. Espresse Weg der Antike machen wir noch ganz schnell schaffen. In 10 Minuten. Speedrun, Speedrun. Ich bin auch nicht jünger. So, wir haben jetzt nochmal neue Falken. Sehr wenig Antrieb. Nehmen wir das mal. Immer den Falken. Immer den Käpt'n. Muss man wieder sowas mehr spielen. Das Video ist hochladen. Irgendwann mal ein paar Jahrzehnte. Oh, das ist alles kaputt schießt. Ich weiß. Dann, dann. Jetzt wird's episch. Hey, da war noch glänzend. Da war noch glänzend. Bei der Musik muss ich voll an Megaman denken. Na ja. Na ja, ich muss ja an Sonic denken. Und ich war nie mit Sonic-Spiel gespielt hab, glaube ich. So, ich mag Platz. Da geht's schon so schnell kaputt. Na ja. ich bin aber ich den schaffner ich meine, dass ich mich von ihnen treffe also ich muss auch wer dann in der war ja hochbekommen aha so froh ability ist genau die zauber ich auch mal irgendwann machen martin wir uns auch wenn man uns ein eigenes ding herstellen nein erläutert mehr ja hallo wer war das dass es war meine gegner jetzt führten hahaha nein noch mal das war nämlich die auf der reich von den treffeln waren das haben wir drei vier level abgezogen man war wirklich schnell ging schnell hat gesichert falken 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 level setzen her in winz will die frau noch fast alles hier sehr gut noch eine noch eine machen wir jetzt ja gut man braucht es verknoten controller kabel ja wir haben wir eine will 22 ok agra war ja war ein bisschen offensichtlich nicht doch scherben breche kommt die welt als nächstes ist kann man ja heiliger bim bam wir haben sogar mini jets ehrlich diese dinger krach warum nicht ich glaube ich auch so mega man musik ich habe mich am ende let's play war mein zweites let's play auf dem kanal könnte mal reinschauen ist zwar sehr low quality von video und audio aber trotzdem ich habe ich jetzt mal aber ich denke durch ich werde durch ich mache ich ich werde durch wie soweit damit die medaille mir anziehen kann er ist noch nicht gut ist nicht abgehauen ich wiederhole erst nicht abgehauen es war halt mit dem letzten ding passiert ist nicht so klein als verarbeitet das abgabende teil hurricane herrgeblieben sehr gut der problem laser nein der ganze getroffen verlinkt ist wesentlich die ganzen dinger ja die gummijet missionen king max live und auch awesome genauso wie hier der leben feiner aber wenn die reingehörte ist er will wenn eine große anfeili naja aber da kann fliegen leuchten nun naja sind aber fliegen kannst du schon ziemlich wenn du eigentlich voll vorteil ab wenn wir mit so einem gummi jet irgendwie in nähe von irgendeine weit in irgendeiner welt irgendwie landen und dann irgendwie alle abschießen wenn die organisation machen wir war im gummi jet auf die ballern hat gesächert sehr geil wenn da wir sieben falken damit sieben minze bilder 1 jetzt kriegst aber eins was okay da findet auch von vier gut haben wir aber eine gruppe jet mission erledigt die nächste welt danach wäre heroin town hat man schon gesehen level von der welt ist wahrscheinlich wieder 24 ich bin ja mal ganz genau auf dem level jetzt haben sich ausgezeichnet lange dauert die welt hier ein schon sieben minuten was okay dann würde ich sagen ich bin dem bad hier und wir sehen uns in der folge von let's play immer zwei feine mehr so werden in akaba vorbeischauen werden ich mag mich als zuschauer sagt tschüss bei der nächsten fall